Hi ihr lieben Herzensmenschen da draußen und auch liebe Mitglieder des EnjoyMülheims. Wie ihr wisst, haben wir gerade Homework und wer jetzt noch Lust hat, mit mir das Herz etwas höher schlagen zu lassen am Samstagabend oder auch wann immer du es anguckst, dann habe ich jetzt zwei Videos für dich. Beim einen tun wir Herz-Kreislauf etwas höher schlagen lassen und beim anderen gehen wir in die Chorkraft. Was du brauchst ist etwas zu trinken, wenn du magst natürlich auch eine Matte und vor allen Dingen bequeme Kleidung und dann viel Spaß. Go. Komm zum Stand. Go. Humpel mal. Beine auf und oben die Hände zusammen und dann so schnell du kannst. Zieh. Okay. Go. Walk. Ganz leicht für die nächsten 20 Second. Wenn du daheim natürlich ein bisschen knackige Musik hast, dann schalt sie ein. Und dann Knie hoch. Zwei Hüfte und ein Korb fest. Nimm dein Gewicht etwas nach vorne und wir haben mit. Zieh. Stop. Lunge. Ein Bein nach hinten. Das andere folgt. Immer im Wechsel. Beug dein Knie hinten tief und löst deine Ferse. Ja. Steh hüftweit. Arm wieder mitnehmen und du bleibst gerade mit dem Oberkörper. Und das Ganze so schnell du kannst. Okay. Entweder bleib dabei oder geh in den Shambing. Jetzt. Drück dich weg vom Boden. Boah. Komm hoch ein bisschen höher und singe tiefer. Ja. Jederzeit kennst du deinen leichten Weg. Geh dein Level heute Abend. Ja. Stop. Das war's für den ersten Teil.